Frenkel frottelt. Heute. Let's play Max PN3. Ich hoffe, er hat den Kopf mit der Kuh. Ich hoffe, er hat den Kopf mit der Kuh. Hab ich den jetzt getroffen? Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Das ist doch zum Kotzen! Warum habe ich den nicht getroffen? Das geht gerade nicht so gut hier. Ich kann den gar nicht treffen, anscheinend von hier. Oh, der ist schon tot, oder? Ja, okay. Na dann! Ich dachte, der lebt noch. Haha! So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier weiter irgendwie... Oh! Fuck you! Fuck you! Gehst du in Deckung? Ja, geht hier nicht in Deckung. Das ist doch zum Kotzen. Oh, das ist doch... Oh, das ist doch... Oh, das ist doch... Okay. Da haben wir das Problem auch gelöst. Ich bin nur froh, dass ich jetzt wirklich einige Painkiller hatte. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh! 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 Jetzt habe ich dich erwischt, du kleiner Penner! Und den habe ich auch noch erwischt! Sehr gut! Hat mich jetzt zwar wieder ein Painkiller gekostet, aber damit dürften die außer Gefecht sein! Jawoll! Gut. Weiter geht's. Hat es schon mal wieder zwischengespeichert? Ich weiß es nicht. Oh, fuck! Ich weiß es nicht. Mann, Mann, Mann! So, das war's für den. Jetzt müsste ich langsam mal ein bisschen haushalten mit dem Painkiller. Oh Gott, ich würde so gerne speichern. Und ich kann nichts. Wo schreit's? Wo? Da. Komm. Da ist noch einer. Freundchen. Shit. Das sind mal mehrere oder so. Das gefällt mir gar nicht. Shit, zum Beispiel wieder eingesteckt. Das ist wirklich nicht ganz einfach, Leute. Glaubt's mir. So, das waren zwei. Ich habe noch einen mehr gesehen. Oh, nur noch acht Schuss. Ich glaube, da tausche ich mal die Waffe, oder? Okay, das mit dem Rollen funktioniert auch ganz gut. Das habe ich jetzt erst das erste Mal so richtig probiert. Von Deckung zu Deckung. Das funktioniert auch. Shit! Shit! Ah, shit! Oh Gott, es wackelt so. Oh, ei, 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 ei. Nein. Nein! Ich kann doch noch schießen. Ah, Mann. Ah! Dreck! Oh, nee. Ach, nee. Komm. Alles nochmal von vorne. Fuck you! Meine Fresse, ey. Also, Leute, da habt ihr mal wieder Bockmest gebaut mit den Speicherpunkten. Mit Verlaub. Das ist nicht gerade eine grandriose Leistung. Also, ich tue zur Erinnerung, wir spielen ja auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel, ja? Das ist schon etwas heftig. So, kann ich jetzt da in Deckung gehen? So, ich glaube, diesmal habe ich ein oder so mehr erwischt als vorhin. Trotzdem, bis ich jetzt alles nochmal spielen muss, das ist echt hart. Schöne automatisch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, jetzt gönnen wir uns einen Drink. Oder besser gesagt eine Pille. So, da hinten fährt dann wieder dieses Drecksboot vorbei. Doch die Frage wann. Ja, sieht so aus als ob es ganz ruhig wäre, ist es aber nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 weggekriegt, oder? Oder nicht? Fährt jetzt nochmal komplett außenrum. Das, wenn man jetzt wüsste, ja. Da ist noch einer. Da war noch einer. Komm! Komm hoch! Feiges Schwein! So, jetzt ist mir die Munition ausgegangen. Blöder Penner, nicht aufgepasst. Da komme ich jetzt wieder nicht rum ums Eck, zieltechnisch. Die schießen aber auch gut. Das muss man ja auch noch dazu sagen, ja. Also, schon heftig. Okay, von der Seite kommen sie. Laufen die jetzt für den Steg, oder laufen die da rüber? Man weiß es nicht. Ich möchte bitte nicht schon wieder verrecken. Dreck! Mist! Und da hinten kommen dann auch noch welche, ne? Wann sind die aufgekreuzt, wo ich die anderen abgeschossen hatte, oder? Ja! Ah, diesmal weiß ich, woher er kommt. So sieht's nämlich mal aus. So. Dann weiter. Oh, ein Pain-Killer. Sehr gut. Ja, diesmal schaut's schon besser aus. Deutlich besser. So, gut. Jetzt müssen wir wohl wohl oder übel darüber marschieren. Manchmal hakt die Steuerung halt doch, ja. Also, gerade so an Ecken. Wenn man Entdeckung aufgesucht hat. Das kann nicht sein. Der muss tot sein. Ich hab den mit dem Gewehr volle Knarre getroffen, ey. Das ist doch scheiße. Auch der lebt noch. Shit! Das Drecksboot. Nein! Ich kann wieder nicht schießen. Oder kann ich jetzt endlich schießen? Bitte! Ach, komm! Ich hab keine Munition. Ach, komm! Heiligs Blechle, ey. Also, bitte, ja. Alles nochmal von vorne. Das geht halt gar nicht. Also, das ist wirklich... Also, schlecht ausbalanciert. Wirklich, waah. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht schießen konnte wieder. Also, muss ich meine Pain-Killer doch per Hand einsetzen. Weil das ist mir echt so riskant mit diesem Last Stand. Oder wie das heißt. Ach, jetzt hab ich mich nicht mal getötet, oder? Ach, jetzt hab ich mich nicht mal getötet, oder? Sorry, dass ihr euch das jetzt zum dritten Mal angucken müsst. Aber es liegt nicht nur an mir. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Komm. So. So. Waren das soweit alle? Nein, natürlich nicht. Lad nach, Kumpel. So, jetzt merke ich leider, dass ich so ein bisschen die Geduld verliere. Das ist natürlich gefährlich. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Was ist mir das hier nochmal? Okay.